Servus, neues Video hier bei uns am Park. Neulich hatten wir eine dicke Session mit den Jungs von HLT. Shoutouts gehen raus, Yannick Völk und Pascal. Session war sick. Heute gehen wir noch ein bisschen auf die Trails, haben da noch, trainen da noch ein paar Runden und später wahrscheinlich noch ein bisschen auf der Großen. Machen da ein paar chillige Tricks. Nichts Wildes. Jo. Jo, Jonas. Sash is on. Jo, Jonas. Jo. 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 Jo Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.